Wieder einmal verabschiedet. War aber schon länger nicht, muss man ehrlich zu werden. Wollte ich gerade sagen. War schon lange nicht, dass sich der Switch erledigt hat. War kurz weg. Da hat er zwei, drei Sekunden bricht er ab. Und er hat nicht mehr Frames verloren vorher. Das heißt, er hat einfach... Das ist eine Fliege. Einfach verloren und fertig. Keine Ahnung warum. Ich habe auch null verloren. Ich weiß nicht warum. So. Auf jetzt. Na! Mach's besser als ich. Raus! Ah! Marotrop, ich schmeiß dich vor meinen Kanal, Alter. Echt jetzt. Ah! Charles, ist nicht unser Tag heute. What the fuck! Alter! Waren wir jetzt alle drin eigentlich? Jeder? Ja. Ne. Triana noch nicht. Willst du es noch mal versuchen? Ja, gib mir eine Karte jetzt. Wenn nicht hole ich noch eine. Da steht er. Ähm... Wo ist er denn? Hier ist er! Hier ist er! Kann man Freundschaft anbieten hier natürlich. Ah. Yay! Freu mich! Freu mich total! Ach, eine Tenshi! Super cool! So, warte! Guck! Oh, eine Dame! Kizune! Okay! Alles klar! Coole Sache! Freu mich total! Marotrop schreibt, was kann ich dafür, wenn du dich falsch entscheidest? Ja klar! Du bist schuldig, du hast es geschrieben, warte! Du hast es geschrieben! Da steht drinnen, warte, 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 dauert eh nicht lange, ja! Coole Sache! Ach, das ist echt... Ach, die Beschreibung finde ich schön! Ja! Was denn? Was... Kizune da als Beschreibung drinstehen hat! Nämlich? Der Dachschaden ist real! Wo steht das drin? Ach so, im Text! Ah ja, der Dachschaden ist real, tatsächlich, ja! Tatsächlich! So, wo müssen wir hin? Wohin müssen wir, Triana? Ich stelle dein Port oben nach rechts! Aber... Ganz oben im Norden! Auf der Insel oben, oder? Ja! Auf der Insel mit dem Wasser! Ich nehm Kizuna eine Runde mit, ja! Kommst gerade, Tempel! Einmal mitlaufen! Fertig! Wenn er schon in mir steht... Nehmen wir mit! Ey, Fabius, jetzt haben wir... Er ist ja Ninja! Kann er... Sie! Er ist ja eine Sie! Sie ist ja Ninja, kannst gleich mitkämpfen! Ganz einfach... Wir haben jetzt eine Tenchi dabei! Jetzt fühle ich mich gleich heimisch! Ja eben! Also... Ja, das Ingame eh freist mich auch Kenji mit nachnamen! So... Kreidetempel war das, ne? Ja! Macht ja dann quasi Triana irgendwie auch zu einer Tenchi! Indirekt! So! Ne, im Auto bei ist gut! Ramoth Elgur schaut auch zu! Servus! So, wo muss ich hin? In Norden? Ja! Okay! Alles klar! Ah, kann passieren! Aber dafür war ja letztens in sieben! Ich kann ja eh nicht unzufrieden sein! Heute haben wir auch schon genug! Und jetzt müssen wir nur noch Triana endlich dazu bringen! Endlich mal reinzukommen! Ja! Vielleicht bringt dir Katsuna Glück, he? Jetzt nehmen wir Katsuna mit! Und... Sie heißt Kitsuna! Nicht Katsuna! Kitsuna! 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 Okay, alles klar! Sorry! Ist schon spät! Ist schon halb zwölf! So... Triana jetzt benimm dich, ne? Äh, äh! Sagt das Q-Enix! Ja! Sagt das Q-Enix, sie sollen außer mich zu mobben! Ja! Totales Mopping hier! Mopping am Arbeitsplatz! Ja, aber sowas von! Ja, ich kann so nicht arbeiten, ne? Äh! Was? Ja! Ich bin so schnell! Da kommt noch mehr! Unglaublich! Ja! 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 Ich mag meinen Panda-Bär, der sitzt die ganze Zeit auf meiner Schulter. Hast du Zeit, sich mit deinen Panda-Bären zu beschäftigen? Ja, der sitzt auf meiner Schulter, während ich da... Bei mir nicht. Bei mir nicht. Da ist er daneben. Da läuft er daneben. Ja schon. Bei mir sitzt er aber eher auf der Schulter. Bei meinem Nussbretter ist er nicht auf meiner Schulter gerade. Nee, der sitzt die ganze Zeit auf meiner Schulter bei mir. Nee, bei dir? Bei dir läuft er auch daneben rum. Komisch. So, die Ärzte, Triana. Bitte, mach wenigstens mal ein Tor auf. Bitte. Daumen drücken. Wieder nicht. Das gibt's nicht. Ernsthaft? Doch nicht. Triana, du machst mich bekloppt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, oder? Ich hab auch keine Karte mehr. Das gibt's nicht. Hast du das nicht freigeschalten oder so? Ich war ja schon ein paar Mal drin, aber ich war nur nicht. Das gibt's nicht, ne? Hat irgendwer noch irgendeine Karte, bitte, für Triana jetzt? Ich will, dass die jetzt da reingeht. Das kann ja nicht sein. Ja, ich muss... Also ich halt auch. Ich muss nur zu einem Gehilfen. Okay, da macht's. Ja, ich muss auch zu einem Gehilfen. Ich hab irgendwie... Ja, passt. Okay, man hört dich zwar schlecht, aber alles gut. Warte, da ist ein Gegner. Den machen wir schnell mal. Gebt dir bitte irgendwer, gebt dir eine Karte. Holt jeder irgendwie eine Karte einfach, ja? Und du sagst uns so hin? Yay! Ramut Elgo folgt mir, warte mal Musik. Ich gefällt mir. Das gefällt mir. Von Final Fantasy Victory Song ist der Hammer, ne? Okay. Ja, dann sag ich mal, wohin? Ich bleib mal hier stehen, oder? Kein Problem, Triana. Lass dir Zeit. Hilft dir eh nix. Es hilft dir nix. Dann nutze ich nämlich die Zeit. Nur ich muss mich hier wegteleporten. Sagt man dann, wohin? Ich geh mal kurz ins Bad. Und ihr bleibt so alle dran auf Twitch. Wir müssen die Triana jetzt da reinbringen. Er kostet, was es wolle. Und wenn ich Millionen Karten kaufe, ich kaufe alle Karten, ich schwöre es euch. Zehn Karten später. Immer noch nicht so. Und dann kommt man wieder den ersten Türken aus. Danke. Triana, jetzt sagst du mir eine Zahl zwischen eins und sieben, bitte. Welcher gilt für? Fünf. Fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Gut. Jetzt erst mal lehre ich jetzt hier selber. Ich habe hier noch ein paar, wo ich auch auf dich hinziehe. Ich lehre jetzt erst mal den Vorrat. So. Dramatisches Vorland habe ich nicht gesehen. Ah ja. Böckelnäranex. Ich lehre jetzt. So, wo müssen wir jetzt hin? Primär Annex. So, wieder da. Wohin geht's jetzt? Du dürftest einen Port haben. Okay, habe ich, ja. Ja, alles klar. Trinär Annex, alles klar. Hat jetzt jeder Millionen Karten mit? Ey, Klimax ist auch der. Servus, Klimax. Welcome. Welcome, welcome. Wir versuchen gerade. Also wir waren alle schon drinnen in Aquapolis heute. Ich hatte ein bisschen Pech. Aber um das geht es nicht. Triana hat jetzt ihre vierte, vierte oder fünfte Karte aufgemacht. Die fünfte. Und wir kriegen einfach kein, kein Portal für Triana. Keine Ahnung. Ich gebe aber nicht auf. Heute gebe ich nicht auf. Heute war die vierte. Insgesamt ist die elfte in Folge. Elf Karten in Folge. Kein... Eingang. Eingang. Ja, ist ein Wahnsinn. Ist es überhaupt die Richtige? Es ist eine Drachenleder, ja. Ja, es ist eine Drachenleder-Karte. Okay, ich hätte hier Jadgegner. Ne, ich fliege weiter diesmal. Ich mache die morgen. Drachenleder-Schaftskarte steht dran. Ja, dann ist es richtig. Ich bin gerade wieder verflogen. Ach, hier ist der Ausgang. Ich finde da nie den Ausgang. Immer nach Süden. Ja, aber so finster ist da drin. Immer nach Süden. Ja, aber ja. In einem dunklen Raum. Ihr könnt auch diese trawanische Viva killen. Ist ein Jadgegner. Ja, ja. Ja, ja. Achso, Klimax war bei einem anderen Streamer. Ja, und dem ist ein Rechner überhitzt. Was heißt, bin ich jetzt die Node-Lösung oder was? Wie viele stehen das jetzt? Das ist jetzt nicht nett, ja. Unglaublich. Das hat sich funktioniert. Das muss ich wieder aktivieren hier. Finde ich nicht nett jetzt, ja. Ist Krong sein Rechner abgeraucht, oder was? Schick mal die ganzen 21.000 zu mir. Ich glaube, das hält mein Twitch nicht aus. Dann rollt der nur so durch. Ich glaube, das hält mein Twitch nicht aus, glaube ich. Da bin ich nur mehr am Tanzen wegen meiner Follower-Musik. Wegen meiner neuen, ne? Achso, ne. Okay, er entschuldigt sich gerade. Er entschuldigt sich gerade. Ach, ne. Ich bin dort ein alter Fan. Na, okay. Na, ausnahmsweise. Na, okay. Dann zeig ich mir, es soll nicht streamen, wenn ich streame. Ha, ist besser. So. Aber jetzt, Triana, jetzt zeigst du es uns, ja. Zeigst du es uns, wie man ein Portal eröffnet, ja. Oh, ich habe Wolkenklima verkauft. Aber egal. So, aber jetzt, ne. Bitte. Wenigstens ein Portal, Triana. So schwer ist es doch nicht. Wieder nicht. Bitte, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Äh, nicht. Also. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob. Ich habe nur eine Karte, leider. Das gibt's nicht, ne. Ich glaube, du tust vielleicht an den falschen Stellen die Karte abbauen. Tust du sie immer an derselben Stelle. Nein, das ist doch wurscht. Naja, vielleicht, äh... Nein, ich habe meine Karten auch immer... Ah, Triana, du machst wirklich... Ah. Mach jetzt die verdammte Karte auf. Ich meine, eine neue Karte. Das gibt's nicht. Wie viele Karten? Jetzt schon 12? 12 in Folge, ja. Das quer eh nix. Guckt mal in euren Computer. Habt ihr einen Bähn irgendwie bei Triana oder so? Ich wollte auch anfangen, hat die bei mir irgendein Häkchen vielleicht rausgenommen von wegen... Ja, gibt's einen Haken oder so für Schatzkarten? Also, Klima, gesagt, Star Trek Online spielt da nebenbei. Ach, schuhe fragt, wie ist das so? Würde mich auch interessieren. Ich bin ja Trekkie-Fan, ja. Bin ja Star Trek-Fan. Ja, genau, das will ich, oder? Also, mal Bescheid geben, ne. Marutrop schreibt gerade, ich glaub, also ihr Account, also deiner Triana, ja, hat eine Variable im Code, der ihr verbietet, ein Portal zu öffnen. Ja, ja, aber ich schreibe auch erst seit kurzem mit einem Flugstricken. Wahnsinn. Sein Update oder so? Wo muss ich denn hin überhaupt? Ach, da drüben. Sorry, sorry, ich hab mich verflogen. Auf das kleine Ding, oder was? Mhm. Unglaublich. Nee, das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Warte, wer weiß, Shiro? Shiro? Shiro, weiß ich nicht. Habt ihr dem den Teleport gegeben? Nee. Ja. Ich hab uns ja auch noch mitnehmen müssen. Warte. Ich hab's, ich hab's gerade gepostet, die Position. Ähm, ja, irgendwie mobbt das wirklich die Triana. Ich hab keine Ahnung, Triana, woran das liegt. Ich auch nicht. Unglaublich. Na ja, ich mach mir mal mein Vitamintrink auf, vielleicht hilft's. Ja. Also meine Kamera hat jetzt gerade den Zoom verloren. Ich würde dann nur gerne nach dieser Karte, die hoffentlich aufgeht und bis in den siebten Raum geht, äh, kurz AFK gehen. Ja, 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 ja. Ja, 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 also dann sind wir ja auch mal fertig mit Karten halt. Es fehlt eh noch mehr Triana, ne? In Wahrheit. Ich verstehe es auch nicht. Ob Kizune noch, wo rein will. Also ob ihr eine Karte hat. Weiß ich nicht. Ob eine Karte mit hat. Hört eh zu im Stream. So, hab wir die Hände gucken. So, jetzt. Klima geschaut. Nein, es geht mit dem Game. Okay. Weiß ich, gibt es das überhaupt für Playstation auch? Ich hab keine Ahnung. Star Trek Online. Ist es auch mit Subscription und so Zahlen und so weiter oder ist es? Ist es was für ein Star Trek Fan oder eher nicht? Einer rennt noch rum. Alle, okay. So. Ist wenigstens nett. Und auf geht's. So, Diana, jetzt. Aber jetzt da. Nein, wieder nicht. Das gibt's nicht. Are you fucking kidding me? Alter. Ich bin echt ratlos, ne? Ich auch. So, so habe ich noch nicht erlebt, ne? So, so habe ich noch nie erlebt, ne? Ist ja alles stumm. General ist sprachlos. Leila ist sprachlos. Alles sprachlos. Ehe, ich schicke da mich hier mit durch die Wallachie. Egal. Wir fliegen hier. Kizune schreibt Karten. Karten hat er leider keine. Macht nix, Kizune. Die, Kizune. Gehst trotzdem mit uns mit. Gehst trotzdem weiter. Aber laut ist es wirklich mehr. Ich meine, wenn wir reinkommen, dann gibt's Kohle und dann gibt's Steinchen und alles und so. Und teleporten wir da hin am besten. Am besten. Wolkenwipfel. Wolkenwipfel, ne? Unglaublich. Das ist, glaube ich, relativ. Das kann ja nicht sein, oder? So, das war jetzt die Karte Nummer 5, ne? Die du da... Heute? Ja, heute. Nee, von mir die jetzt. Das war jetzt Karte Nummer 5. Achso. Heute, oder was? Möge sie dir Glück bringen. Nein, von Gehilfe Nummer 5. Vom Gehilfen? Ja, 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 okay. Ja, ich hab gesagt, sie sollen eine Zahl sagen zwischen 1 und 7. Achso. Oh, okay, okay, okay. Unglaublich. Triana, ich hab keine Ahnung. Ne, Kizune schreibt schon, ich bringe wohl Pech. Ne, 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 Kizune. Das liegt nicht in dir. Ne, ne, ne. Die, die Triana irgendwie, irgendwie haut das einfach echt nicht hin. Soviel ist es hier bei 50%iger Scheidlichkeit. Ist es oben? Ja, oder? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Ist es ja auf Z3 oder so muss es sein, oder? Oder nicht? Ne, ja. Ja, ja, passt. Ich bin ja gerade am Weg hoch auf das Plateau. Oh, hier steht er rum. Oh, kann man da runterfallen? Ne. Wir sind ja nicht in der Ache, ne? Ache 2. Klimax ist am Hunden. Markenfarmen. Ja, ich hab nebenbei gehuntet. Immer wenn ich irgendwo einen Gegner sehe und der aufleuchtet. Unglaublich, oder? Triana, ich bin echt sprachlos, ne? So, aber jetzt, Triana. Da fällt mir nichts an, ne? Jetzt zum 14. Mal, Triana. Hau rein. Ja, ja. Der Charles ist anziehend, hast du gesehen? Ich muss kein Glück mit spielen. Wahnsinn. Ne, du bist kein Blackmagy im Moment, ne? Ne. Ich will immer aufs Folger drücken und ich wundere mich davon, warum er die Aspekt castet. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Ich würde mal sagen, ich lasse der Fehler in der Matrix, aber das kann auch nicht sein, ob das praktische Wichtigkeit ergeben wird, dass du kommst. Ne, ne. Ach. Dahin kommt noch so ein Alpha-Tile. Telefon, Lala. Lala, Telefon. Wahnsinn. Macht ja nichts. Telefon. Da würde ich beim Mako stammen. Ja, ja, herein. Mich ruft keine Anforderung. Ne, keine Firma, gar nichts. Ich bin in Urlaub. Ha, ha, ha. So schick. Kein Abruf, keine Bereitschaft, nichts. So, Triana, jetzt drücke ich da wirklich, warte, ich drücke jetzt echte Daumen und alle auf Twitch auch, ja. Das gibt's echt. Das gibt's nicht. Ey. Ganz ehrlich. Sorry, kannst du mit diesen Charakter Schatzkarten finden? Ja, oder? Hast du ja schon mal, richtig? Ja, ich darf es nicht. Ach so. Sorry, wir haben es ja offen, die Schätze. Ja, ja, natürlich kannst du es. Außerdem, das hat ja damit nichts zu tun. Ich habe noch keine einzige Schatzkarte gesucht. Kann sie ja auch. Ja, ja, ja. Das gibt's ja nicht, oder? Und wieder dahin, wo wir diese kleine spezielle Runde angefangen haben. Unglaublich. Da unten wird wieder nichts. Alter. Das gibt's nicht noch. Ich war ja auch schon das eine oder andere Mal. Und Kizune, wirklich, es liegt nicht an Kizune. Kizune, wirklich nicht. Nee. Kizune, alles gut. Wir haben in dir noch keine 14 Karten gemacht. Oder 15 inzwischen. Wir waren ja auch mit Triana ja auch schon mal drin. Ja, so ist es ja nicht. Ja, ich habe ja auch schon gewählt. Okay, Maru Drop schreibt doch, für Aqua gibt's auch keine Voraussetzung. Nein, 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 das war von mir ein Denkfehler. Weil Triana, sie kann ja die Schatzkarte ausgraben, finden und so weiter. Das ist ja alles erledigt. Ja. Wo ist denn das? Wieder da, wo wir vorher waren, oder was? Genau. Wieder hier am kleinen Berghang. Maru Drop schreibt, auch du solltest mal eine Nachricht an es eh schicken. Ich schicke dir das Video. Ich hätte gerne mal eine Erklärung. Aber dann sagst du wieder, das ist random. Das ist eine Droprate. Ja, das ist eine Droprate. Und wie viel Prozent? Ja, eine Scheiß-Droprate anscheinend bei dir. Aber nur bei dir. Den Jagdgegner immer noch. Ich verstehe es nicht. Auch jeder, der jetzt neu zuguckt, wir gründen gerade. Auf gut Deutsch, dass ich Final Fantasy echt ficken kann. Also ja, Kitsune geht noch. Kitsune ist jetzt weg. Kitsune, gehst du noch mit, oder? Nee, er kann auf Twitch. Ah, ist mal raus. Okay, alles klar. Dann nehme ich ihn raus aus der Gruppe. Alles klar, kein Problem. Sie. Sie, kein Problem. Er, sie, es. Alles gut. Ja, Kitsune ist ja hier weiblich. Danke auf jeden Fall, sie müssen mitgehen. Freundschaft habe ich dir eh geschickt, wenn du das brauchst. Schreiben. Jetzt fahren wir rein. Oh, die sind aber bunt. Ein Lila, ein Grün, ein Grau. Sehr schick. Sehr schick. Das bringt Glück. Wir sehen, dreifärbig. Das muss. Und er redet auf Twitch ja noch nicht gefollowed. Hat followed. Drücken wir, ich stehe auf die Musik. Sie wünscht uns viel Erfolg und macht Raum 7. Oh ja, wir sagen es dir, Triana. Ich glaube, die würde nix lieber aus meinem Raum 1 kommen im Moment. Einfach nur den Eingang haben, ne? Wahnsinn, also das Spiel mobbt echt, ne, manchmal. So, okay, das wird's dreifärbig. Okay, jetzt auch. So, aber jetzt. Soll ich beten vorher? Ehe, warte, das muss ich auch. Guck in die Hände. Ich kann gar nicht hingucken. Ich kann gar nicht hingucken. Ja, endlich. Und eine unvollsteckte Lederkarte. Ja, das ist dann die Zweite. Kannst du die nehmen, ja? Ja, du hast zuerst Scheine, die kannst du eh mitnehmen, ne? Ja, das darf ich auch. Okay, dann passe ich sie. Boah. Boah. Alter. So. Das Pech ist jetzt vorbei. Okay, sie ist der Unkizune schreibt, ich bin ein Er. Yes. Ha. Okay, aber der Charakter war ein Sie. Das stimmt. So, jetzt. Ha. So, und jetzt lass dir Zeit mit den Entscheidungen. Nichts über haste denken, ja. Alles cool. Triana, ja? Mhm. Weinst du schon vor Freude? Nein. Es klingt danach. Nee. Ich weiß, das ist eher so ein... Alter. Ja. Wahnsinn, ne? Glückwunsch. Gratulationen auch vom Klimax von Maru-Tropfes reinkommen. Endlich mal ein Portal. Endlich, ja. Wahnsinn, habe ich noch nie erlebt, ne? So ein, zwei Karten, okay, aber 14, ne? 15. 15. Die 15. 15. Das ist gerade 20, ne? Das echtes Gemoppe. Das ist echtes Gemoppe, ne? Wenn man da jetzt mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, hat man auch weit unter 50%. Ja, definitiv. Ja, aber normal, die Drop-Rate ist ja viel höher. Ich muss mal nachgucken. Aber die war ja irgendwo bei, ich weiß nicht, 50, 30. 80, 80 hat es geheißen, ich glaube ich aber nicht, bei Trianen nicht. Nee. Definitiv nicht. Glückwunsch auch von Asura. Danke euch einfach Lotto zum Spielen, wenn die beiden nicht trotzdem. Danke euch. Fiebern alle mit, ja. Das ist echt traurig, ne? Vor allem, wenn du dir denkst, das sind 14, fast 14 Tage Sammeln, ne? Das sind zwei Wochen Sammeln. Wahnsinn. Verrückt. Ja. Verrückt. Verrückt. Klima-Geschäft, ich war die letzten Male auch drinnen und meistens nur die falschen Türen angeklickt. Ja, aber wie zum Glück, ähm... Wir haben ja endlich mal ein Portal bekommen. Ja, Trianen, endlich. So, Trianen und jetzt dann, ne? Mach's richtig. Achso, warte, jetzt erstmal würfeln. Ich hab gepasst. Ja. 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 Aber jetzt der Regenbogen, bitte. Ja. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach, Mann. Das gibt's echt nicht. Ich krieg echt die Krise. RNG mobft dich wirklich, ne? Ja. Also, darf nicht wahr sein. Ist echt nicht. Kommst du nach 15 Karten endlich mal rein? 15 Karten, also ist quer eh nix. Ich mein, das ist... Ah, ne, ne? War das für Kamera unscharf, oder? Das ist echt Horror, ne? Das ist echter Horror. Das gibt's nicht. Äh, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt trotzdem mal kurz AFK. Soll ich aus der Gruppe raus, derweil? Nein, 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 wir sind jetzt... Mit dem sind wir eh fertig jetzt. Mit Schatzkarten sind wir fertig, oder? Jeder war drin, richtig? Ja, ja. Ja, passt. Ja, dann könnt ihr mal AFK gehen oder Klo gehen und rauchen gehen und sonstiges alles. Mario Tropscherbach, das kann ich nicht mehr, ne? Ist dasselbe. Ich kann auch nicht mehr. Das ist Horror, Triana. Es tut mir echt leid. RNG mobbt dich wirklich, ne? Also RNG mobbt dich da echt. Unglaublich. Gigatobischab, so unlucky. Unglaublich. Nein, ich teleporte mich jetzt einmal in die FG und dann gucken wir, was wir weitermachen. Unglaublich. Alles klar, Giro. Unglaublich. Das habe ich noch nicht erlebt, ne? Puh. Tja. Na ja, dann schauen wir mal zum Gehilfen, ne? Gucken wir mal, was wir alles. Aber ich war auch noch in den Raum 1, oder? Weil da habe ich es auch nicht geschafft, halt. Hör ich euch noch, ja? Nein. Okay, okay. Okay, okay. Karin. Also Leila gemutet, EOTA gemutet. Ihr zwei seid noch da. Ich war in Raum 1 nur, ne? Auch noch. Ja. Echt Horror heute. Wahnsinn. So, mal gucken, ob wir so etwas verscheppern können von heute. Oh, der only bestie wäre für die FG-Craften. Oh, Mauerglasgras. Kostet schon wieder 64.000. Das ist cool. So, der nächste Schokobo kann trainiert werden. Cool. Und zwar darf Charles umloggen. Ah, Mayras. Cool. Alles klar. Ich bin eh morgen mit Mayra online. Mach ich dann gleich. Okay, aber die Königsgold-Nuggets werden wir alles aufheben. Auch die Mantem, auch. Ampheterien-Leder. Mal gucken, was ich nicht brauche. Ich brauche das alles. Die Materie. Von 94. Okay, man sieht, dass Kizune Jahren geht. Laut Internet sind alle E- und S-Ranks auf Phoenix Down. Sind schon alle weg? Alle erledigt? Ja, ein S-Rank war eben gerade im Revanischen Vorland. Ich habe es gelesen, ja. Fachwissen, die hebe immer auf. Und es war mir auch klar, dass die da gleich hinweitschreit. Es ist immer da, wo ein S-Rank ist. Ja. Das hat glaube ich auch ein 3- oder 4-Hand-Ding-Shel. Achso. So, was ist denn die Hellseher-Materie? Uh, 375. Das ist okay. Wenn ich es verkaufe, bekomme die Tannage, den Haku. Ein paar Sachen sind da dabei. Uh, wie relativ gut sind. Also dafür, dass ich ja nur ein bisschen abgestoppt habe, nebenbei und er eigentlich nicht selber gemacht habe. Habe echt gutes Zeug abgestoppt. Muss man schon zugeben. Ich glaube, meine Haupteinnahmequellen werden die weit unversteckten Lederkarten sein. Ja, ich muss einmal gucken, was ist denn die überhaupt wert noch? Die ist ja gar nicht so wert. Wenn ich jetzt nicht verkauft habe, die 236 oder sowas weggegangen. Eben, die ist eh schon wieder. Okay, die ist ja wieder gut wert. Aber es tut es im Horror, ne? Mit deinem Glück. Echt jetzt. Die habe ich. Ja, passt. Übergeben. Das war echt, echt nicht glücklich gerade. Tja, was will man da sagen, ne? Kannst du echt nichts sagen, ne? So, die ganze blaue Materie, alles da raus. Cool. 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 Ah, Kuponüsse habe ich immer noch so viel und so weiter. Ich muss jetzt, wo sind die? 175 habe ich von den X-Oller. Okay. Okay. Okay, leila, alles klar. Der ist AFK. Epsilon noch ein Woher holst du dir eigentlich immer die Wertmarken, Charles? Welche Wertmarken? Für Gehilfe? Durch staatliche, also umtauschen Geer umtauschen bei der staatlichen Gesellschaft Meinst du meine Gehilfen? Oh ja, die sind echt gefräsig Die brauchen urviel Kann man sein, Herr Igzalmünzen, nicht dafür auch rausgeben? Ich soll? Für euer Kammer auch, ja, Kammer auch, ja Du hast ja genug Was zu dem ist, das mache ich, weiß ich es nicht Weil das Computer einfach viel zu viel hier und her geklickt ist Ja, ja Das ist auch leider, aber ist auf der Kontrolle auch nicht anders Ja gut, aber da kannst du wenigstens einfach, okay, ich drücke einfach immer nur eine Taste Hier musst du immer klick, 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 hin und her und hin und her So habe ich die Also meine Gehilfe verteilen, aber so halbwegs wieder aufgeräumt, ne? So habe ich es weggegsehnerl wieder Passt, cool, und die Materie, die kann ich verkaufen Passt, und das Crafty Und die werden wir aufheben Passt, okay, ich habe wieder aufgeräumt gsehnerl Cool, ja passt, ja, somit haben wir das mal erledigt Okay, so leile ist AFK, hat er gsehnt, gell? Jep Alles klar Ja, ich weiß nicht, was habt ihr denn Bock noch, Triana, gsehnerl Ja, Quapul, ich sag mal jetzt mal fertig, heute Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich am streamen bin, ich seh es leider nicht, aber auch schon lang genug, glaube ich, halt, ne? Einige Zeit am streamen, halt Wieder seit 18 Uhr ungefähr Ja, eben, somit mittlerweile fast vier Stunden, ne? Das passt gut Ich gucke da brav, Zuschauer, alle da, sehr schön Wer noch nicht gefollowered, ne? Follower, ne? Nicht vergessen Gibt es geile Musik, gefällt mir, es neusert heute Cool Traucht ihr denn zum Beispiel noch irgendwie Traditionssteine? Können wir noch irgendwie dafür was laufen? Ja, das stimmt Also ich war ein Cap ist noch nicht voll Meins auch nicht, ich hab noch, äh, ich war noch 53 Machen wir in Zufall 60 raus Können wir ja machen, wenn der Jota da ist, ja, können wir ja gern machen Coole Sache Ich brauch noch 128 Okay Ja gut, wo haben wir so viele gemacht die Woche? Äh Na, ihr wart ja auf dem Palast der Toten Genau, im Palast der Toten ist, äh, eben Im Palast haben wir die gemacht Ja Ich hab's nur bis Ebene 4 geschafft Ja 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 Das stimmt Dann hattet ihr noch ein, zwei Karten mehr? Einmal seid ihr nochmal reingekommen Ja, stimmt Ja, das meiste macht aber der Palast der Toten Ja Ja Bei der einen Karte, wo wir mehr drin waren, waren wir auch nur bis Ebene 1 Ja, ja Sehr gut, okay Immerhin zwei, drei mehr Ich guck grad Aber ich kann immer noch nichts abgeben für meinen Handwerker heute, muss ich morgen machen Na gut, ich seh schon Reset in 10 Minuten, na Dann seh ich, ob ich's morgen machen muss oder nicht Ja, ja Ja, passt, dann warten wir kurz auf die Jota Ich hol mir auch schnell was zu, äh, noch was zu trinken Bin in einer Minute wieder da Ihr könnt euch jeden unterhalten Alle auf Twitch dranbleiben, weiter geht's mit Zufall Experts sowies verstanden, bricht ich 60 60 oder so, alles klar Ne, so kann will ich nicht, nehmen wir mal 60 Sehen wir uns gleich, haha, bleibt dran Ich glaub, da hat jemand im Auktionshaus nicht verstanden, was Raku bedeutet Wenn das Raku-Teil das günstigste von allen ist Wenn dann nur Endkuteile kommen Ja, die letztens aber auch Manchmal versteh ich die Leute dann echt nicht Naja, mir soll's recht sein, das ist genau das, was ich noch in den letzten 10 Minuten mit Sternchen, äh, abgeben kann In meinen Gerber Ja, dann ist es nicht schlecht Ja, der Südwald, der Chinese ist mal wieder da Ist der Südwald-Chinese? Ähm, warte, ich poste es mal eben, ähm, im Gruppenchat, dann verstehst du's Naja, na gut, kann auch ein Ja, das wird wahrscheinlich halt ein Fehler vom Ding sein, vom Patch aus Glaubst du auch bei den, äh, bei den Vanusse-Zeiten lag, dass du eine bestimmte Quest hattest Also deine Mädel beschwören musstest, die waren dann auch, die waren ja japanisch beschriftet Ja, das ist nicht schlecht Ja, das ist nicht schlecht Ja, das ist nichtchter Vielen Dank. 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 Danke für alle, die zuguckt haben heute. Ich poste wieder auf Facebook, wenn es wieder weitergeht. Somit verabschiede mich von euch für heute. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.